Herzlich willkommen zum Testvideobericht der Haus- und Gartentest, diesmal zur Dampfbügelstation Compact Power DBS 7146GR von AEG. Vor den Bügeln kommt natürlich das Befüllen des stattlichen 1,5 Liter fassenden Wassertanks. Diese Prozedur gestaltet sich dank der großen Einfüllöffnung und kontrastreichen Skalierung sehr einfach. Als simpel ist auch das Bügeln zu bezeichnen. Verantwortlich für die durchweg guten Bügelergebnisse ist natürlich vor allem die Caressium-Bügelsohle, die sehr gute Gleiteigenschaften und nur eine sehr geringe Dicke aufweist, weshalb auch Knopfleisten komfortabel zu bügeln sind. Lobenswert ist aber auch die Sohlentemperatur. Die Abweichungen zu den jeweiligen Solltemperaturen sind die geringsten im Testfeld. Außerdem ist die Wärmeverteilung bis in die Sohlenspitze gleichmäßig. Auch bei der Kernaufgabe gibt sich diese Dampfbügelstation keine Belöse. Ein konstanter, starker Dampfausstoß ist gewährleistet. Die Dampfstoßfunktion überzeugt durch Dampfmenge und durch einen sehr hohen Dampfdruck auf Knopfdruck. Die Permanent-Dampffunktion lässt sich ebenfalls bequem am Griff einstellen. Ein automatischer und ein manueller Modus stehen zur Verfügung. Das gesamte Bedienkonzept ist einfach und logisch gehalten. Die Bedienelemente sind leichtgängig, sinnvoll skaliert und stets einfach zu erreichen. Die energiesparende Eco-Dampfstufe ist im Übrigen für die allermeisten Praxisanwendungen vollkommen ausreichend. Die Compact Power DBS 7146GR bietet viel Leistung, eine hohe Funktionalität und praktische Details wie beispielsweise den integrierten Tragegriff. Dies alles zum mehr als fairen Preis und daher konnte sie den Preis-Leistungssieg erringen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Ihre Haus- und Gartentest.